Wenn du denkst, bekloppt, da geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Schwachsinn her. Nach dem Rückwärts-Aus-Park-Verbot kommt nun der nächste Knüller. Und zwar bei Rot über die Straße als Fußgänger. Ja, wir wussten es ja schon lange, die Ampel muss weg. Naja, zumindest soll sie jetzt gleichgültig werden. Also die echte Ampel, die im Straßenverkehr. Nicht diese politische Ampel, aber die kann eigentlich auch weg. Hoffentlich bald Neuwahlen. Ja, Lindner sucht wohl aktuell noch nach einem Scheidungsgrund. Tja, also mir würden da tausend Gründe einfallen. Aber naja, Lindner hat ja schon ein Problem mit dem Haushalt zu berechnen und findet immer wieder neue Löcher. Da ist er gut drin. Ja, eine schwäbische Hausfrau ist der Lindner nun mal nicht. Hey, ja, guten Politiker könnte man ihn natürlich auch nicht nennen. Jedenfalls fordert man nun von linksgrüner Seite auch, dass man bei Rot über die Straße gehen darf als Fußgänger. Und zwar nach New Yorker Vorbild der sogenannte J-Walk. Beziehungsweise J-Walking. Sinngemäß heißt das wohl so viel wie Trottel gehen. Ja, das passt irgendwie ganz gut zu den linksgrünen. Der Vorschlag kommt vom sogenannten Fuß-EV. Nein, ein Hirn-EV ist es nicht. Es ist ein Fußpilz. Äh, Fuß-EV. Ja, es gibt einen Verein, der kümmert sich um die Belange von Fußgängern. Was ich ja persönlich gut finde. Aber anstatt was Sinnvolles zu machen, kommt man mit so einem Käse. Übrigens, wer schon mal in Großbritannien, also auf der Insel unterwegs war, zum Beispiel sagen wir Glasgow, der hat da schon mal gesehen, wie das ist, wenn wahllos die Leute bei Rot über die Ampel laufen. Es bringt den Verkehr nur ins Stocken. Sinnvoll ist das natürlich nicht. Und der große Gegner des Fußgängers ist nun mal nicht der Autofahrer an der Ampel. Äh, nein, es ist der Radfahrer, der auf dem Fußweg fährt, obwohl er es gar nicht darf. Tja, aber anstatt als Fuß-EV hier mal endlich zu fordern, dass es Kennzeichen für Radfahrer gibt, damit man endlich dieses permanente dreiste Fehlverhalten anzeigen kann. Sowas ist anscheinend egal, warum dem Fußgänger wirklich helfen, wenn man es doch den Fußgänger erschweren kann. Übrigens, in Deutschland gibt es mehr Unfälle bei Grün als bei Rot. Ist deswegen vielleicht die Argumentation dieses Fuß-EVs? Na, dann geh doch bei Rot, da passieren weniger Unfälle. Ist sicherer. Ein weiteres absurdes Argument des EVs ist es, naja, das ist quasi praktisch wie beim Auto der grüne Pfeil. Aber okay, das ist ein Fuß-EV, also ein Verein für Fußgänger. Die fahren wahrscheinlich normalerweise nicht Auto. Die wissen nicht, dass der grüne Pfeil ein Abbiegepfeil ist und kein gerade Ausfahrpfeil. Oder gibt es etwa Ampeln, wo man als Fußgänger links abbiegt oder links draufläuft oder... Der richtig geile Witz aber an der Sache ist, dass dieser grüne Pfeil, den hier der Fuß-EV als positives Beispiel nennt, den will er selber abschaffen. Ja, es gibt eine Seite, die heißt grünerpfeil.de, das Ü natürlich als U-E geschrieben. Und da lautet der Titel, der grüne Pfeil. Gefährlich und oft illegal montiert. Skandal! 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 Komisch, oder? Beim Über-die-Straße-Gehen bei Rot, da ist der grüne Pfeil auf einmal super, aber bei Autos, da soll er weg. Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Aber gut, das EV in Fuß-EV steht wahrscheinlich für extremes Versagen. Könnte doch sein, oder? Aber naja, dieser Fuß-EV meint tatsächlich, wer sich versichert hat, dass nichts kommt, der darf einfach mal über die Straße gehen. Weil sich ja alle Leute immer so sehr versichern, dass nichts kommt, wenn sie über die Straße gehen, weswegen es ja deswegen keine Ampeln gibt. Übrigens, nach diesem Schwachsinnsprinzip agieren ja ganz viele Radfahrer, die sich sagen, Na, wenn von links und rechts nichts kommt bei der roten Ampe, dann kann ich doch da drüber fahren, dann wird doch wohl nichts passieren, oder? Übrigens, nach Untersuchung bis zu 6% der Radfahrer, die das machen. Von den verursachten Radfahrunfällen sind es 3%. Sind so Pima-Daum 150 Fälle wohl im Jahr. Bei Fußgängern, die über grün gehen, ja, da sind es das mehr als 10-fache. Ah, wenn das nicht ein zufriedenstellendes Sicherheitsgefühl ist. Und man bedenke, Radfahrer sind ja schneller als Fußgänger. Ja, da wird so oft davon gesprochen, dass die Leute mal zur Ruhe kommen sollen, sich entschleunigen sollen, dich mal so hetzen, dich mal so auf Zeitdruck. Aber hey, stehst du vor einer roten Ampel, ey, da flippst du doch aus, dass du da ein paar Minuten warten musst. Ja, eigentlich muss man nicht mal ein paar Minuten warten. Aber hey, an sich doch keine schlechte Idee, oder? Machen wir das einfach mal von Bonjärchen, gucken, was passiert, machen eine kleine Statistik und gucken mal, wie viel Menschenleben sowas kostet. Ich meine, wenn es nicht zu viel sind, dann ist doch das eine gute Sache, oder? Oder wie muss man das verstehen? Übrigens wird jetzt der eine oder andere sicherlich sagen, wie kommt es denn auf die Idee, dass das linksgrüne sind? Fußgehen ist doch nicht unbedingt jetzt linksgrün. Wieso soll das denn linksgrün sein? Naja, auf einer von deren Internetseiten steht was von Umwelt, Klimaschutz und Gesundheitsgründe. Leute, deswegen machen die das. Also, ja, also das klingt jetzt nicht nach rechts. Und naja, auf den Seiten steht auch was vom Barfußlaufen. Das ist auch was für Spinner. Wird uns ja auch mal gerne so aufgetischt. Barfußlaufen ist ja so gesund, aber naja. Das wird ja alle Nase lang immer mal wieder in Zweifel gezogen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber mit so einem Hundehaufen auf Tuchfühlung gehen, oder sollte ich besser sagen Fußfühlung gehen, ja, das ist sicherlich gesund. Naja, auf jeden Fall haben wir es mit linksgrünen Spinnern zu tun. Wobei die Idee jetzt nicht so ganz verkehrt ist, aber dann schallt doch einfach die Ampel ab. Ich sag mal so, kennt ja sicherlich jeder so aus seinem Alltag. Man hat da so eine bestimmte Ampel oder mehrere, wo man mehrfach immer wieder steht und wartet und wartet und wartet. Kein Auto kommt, wo man sich denkt, du alter Mensch, es ist Wochenende, schallt doch das Ding ab. Oder man hier 18 Uhr fährt, hier gehen aber lang, schallt das Ding doch ab. Das spart sogar Strom und dadurch Geld. Und ausgeschaltete Ampeln gelten einfach mal wie ein Zebrastreifen. Dann kann ich da auch nicht mit 50 langen Jachtern. Sprich in der Richtung, was Sinnvolles zu machen, ist ja gar nicht so verkehrt. Aber anstatt sinnvoll zu denken, wird hier wieder ein absurder Blödsinn gefordert. Und was hier anscheinend der Fuß-E.V. noch nicht gemerkt hat, wir leben hier nicht in New York. Und nicht jedes Kuh-Kaff ist auch New York. Doof, 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 doof. Aber hey, wozu richtig machen, wenn man es auch falsch machen kann? Übrigens, ich habe wohl mal wieder was falsch gemacht, denn diese Rückwärts-Ausparken-Verbotsgeschichte, die Stimme wohl nicht so, wie ich sie erzählt habe. Denn es gehe dabei nicht um die Garage, sondern um die Ausfahrt. Wo ich mir so denke, ja, aber die Ausfahrt ist doch an der Garage dran. Oder Carport oder was du auch immer willst. Und okay, wenn ich also rückwärts aus der Garage rausfahren darf, wie soll ich dann wenden? Wenn ich nicht den Platz dafür habe, denn die Leute, die den Platz haben, machen eigentlich normalerweise da schon die Wende. Weil wozu soll ich auf der Straße wenden, wenn ich auf dem Grundstück ja sowieso den Platz habe? Ist doch viel einfacher. Und Leute, die schon mal in Deutschland unterwegs waren oder auch in Deutschland leben, die haben das schon oft gesehen, dass Garagen direkt an der Straße sind oder halt wirklich eine kurze, knappe Einfahrt haben, wo links und rechts Mauer ist und die Einfahrt quasi praktisch die Länge von einem Auto hat, sodass quasi praktisch in der Garage ein Auto parken kann und davor halt noch ins. Und ja, das machen Hausbesitzer, um Platz zu sparen, damit auf kleineren Grundstücken was gebaut werden kann, beziehungsweise das mehr Rasen auf dem Grundstück zur Verfügung steht und, und, und. Aber nein, die Grünen wollen Flächenversiegelung. Man solle jetzt hier quasi praktisch einen Kreisverkehr ums Haus drumherum bauen oder in der Garage oder um die Garage oder vor der Garage oder was auch immer. Oder eine drehbare Wendeplatte oder was auch immer. Wie das zum Thema Umweltschutz passt, ist mir schleierhaft. Aber naja, wie wir ja wissen, die Grünen haben mit Umweltschutz eigentlich nichts am Hut. Sie sind ja bloß grün lackiert. Aber naja, die Grünen haben ja anscheinend einfach eine Devise aus der DDR übernommen. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, ein honeckerisches Denkmodell. Ja, wir wissen, die Grünen sind eigentlich Kommunisten. Ja, das hatten so einige in den Kommentaren angemerkt. Da bin ich selber gar nicht von drauf gekommen. Ich musste mir ein übelst ablachen, wo ich das gelesen habe, weil selber bin ich nicht so drauf gekommen. Übrigens ganz viele lustige Kommentare da. Also die Leute schreiben immer wirklich sehr viele witzige Sachen rein. Naja, ich bin ja auch so ein bisschen lustig. Irgendwie scheine ich das so zu provozieren. Übrigens ein noch sehr interessanter Kommentar, wo ich auch nicht so richtig dran gedacht habe. Was ist denn mit LKWs? Die müssen ja auch irgendwie parken. Und ich habe das schon bei Aldi gesehen, wie halt so ein riesen LKW da rückwärts in so ein kleines Sträßelein reinfährt. Oder auch bei Rossmann habe ich das schon gesehen. Da haben die auch so eine ganz enge Ladefläche. Und da fahren typischerweise die LKWs rein. Und die kommen meistens eher so, ich sage mal, zu später Stunde, wenn der Verkehr so ein bisschen beruhigt ist, damit die ja auch Platz zum Rangieren haben. Und wenn die Grünen hier quasi praktisch in Kiel ihren Blödsinn durchgekriegt hätten oder vielleicht sogar noch durchkriegen, das ist wohl so angeblich noch nicht so richtig raus, ob das vielleicht nochmal diskutiert wird oder so. Na jedenfalls, wenn denen jetzt verboten wird, sie dürfen da nicht mehr rückwärts reinfahren. Was passiert denn dann? Aber naja, das Problem ist ja auch, dieser komische Antrag oder Papier oder was es genau ist von den Grünen, das scheint ja ein ziemliches Geheimnis zu sein. Die Grünen hätten das ja immer irgendwie prominent veröffentlichen können, um zu sagen, naja, was da berichtet wird, das stimmt nicht so richtig. Wir wollten das ja so und so. Aber man hält sich da eher bedeckt. Und wir wissen ja, Ricarda Lang hatte ja vor kurzem sich tierisch darüber aufgeregt, dass bezüglich dieses Hunde- oder sagen wir Tierverbots, was es angeblich nur gibt, was ja die CDU beziehungsweise CSU angemerkt hatte, dass das ja alles so nicht so stimmt, bla bla bla. Da hat sie ein Riesentheater gemacht. Aber bezüglich diesem Rückwärts-Einpark-Verbot, ja, da hält sie sich, ja, da kriegt sie die Kauleiste nicht auseinander. Aber naja, Ricarda Lang macht sich lieber lustig über die FDP, dass deren Papier geleakt wurde. Also hier Lindner sein, ich sag mal Brandpapier. Oh, das wurde geleakt. Ah, die FDP ist zu doof. Äh, nee. Die haben das garantiert mit Absicht, das haben die mit Absicht gemacht, dass das rauskommt. Der Lindner muss jetzt natürlich so tun, als ob, oh, das wollten wir doch nicht, das wollten wir doch nicht. Aber garantiert wollte man das. Aber naja, ablenken, flunkern, lügen und so weiter und so fort ist ja bei Politik und Presse sehr beliebt. Da ist ja aktuell noch so ein wirklich kranker, krasser Fall. Also da gibt es ja diese Geschichte mit dem Eichhörnchen, was da, ja, eigentlich sieben Jahre niemanden interessiert hat. Und dann wurde es von den amerikanischen Behörden eines demokratischen Staates abgemurkst. Und beim Spiegel schreibt man, das ist gestorben. Ja, da lässt man schön viel weg. Damit ja nicht die schockierende und traurig machende Wahrheit rauskommt, weil man Angst hat, dass dann wohl Demokraten schlecht darstellen. Übrigens, die Verantwortlichen für dieses brutale Vorgehen, die haben schon mal vorsorglich jetzt alle ihre Social-Media-Accounts gelöscht. Und Demokraten haben auch schon versucht, das Trump negativ anzuhängen, was ja auch eine absolut kuriose Sache ist, um aus dieser widerlichen Geschichte noch ein paar Stimmen rauszuziehen. Und naja, nicht nur deswegen, meinen einige, dass dieses abgemurkste Eichhörnchen vielleicht wahlentscheidend sein kann und Trump die wenigen restlichen Stimmen gibt, die er braucht, um zu gewinnen. Aber naja, abmurksen will man ja auch hier die Fußgänger, um zu gucken, ob das nicht eine schlaue Idee ist, die bei Rot über die Straße zu schicken. In diesem Sinne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.